Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz Powered by Diversity Ball. Auf dem Boden liegen zwei Scheißhaufen. Einer von einem gehörlosen Soldaten und einer von einem hörenden Soldaten. Alle wundern sich, warum der Haufen des gehörlosen Soldaten so schön geformt ist, während der des hörenden so unförmig ist. Ein Wissenschaftler erklärt, dass der hörende Soldat so große Angst vor dem Krieg hat und nicht in Ruhe sein Geschäft verrichten kann. Da er ständig zittert und herumwackelt. Während der gehörlose Soldat muss sich im Krieg nur auf seine Augen verlassen und dreht sich bei der Verrichtung seines Geschäfts ständig im Kreis. Der Montagswitz